Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Okay. Wer Fackeln mitnehmen soll, ist es nämlich Art Düsse hier unten. Äh, warte mal kurz. Ah, warte. Warte. Hm? Geil. Was denn? Man kann sich jetzt mit F5 auch von vorne angucken. Ach so. Zwei mal F5. Da bin ich. Ich seh mich. Nein, er schaut mich an. Nein, er schaut mich an. Ich kann ihm nicht entweichen. Okay. Äh, genug gespielt. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Wo ist hier? Ach, da ist hier. Hier. So eine Nerverfestung wäre es jetzt. Boah, wenn es jetzt schon eine gibt, ey, dann wäre cool. Ja, es ist halt 1,9, oder? Du gabst ja schon einen 1,8. Oh, das schaut ja geil aus. Ja, aber das Geile bringt uns gleich um. Ja. Ich weiß nicht, wie schwer das Vieh ist. Ich hab... Äh, 14 Pfeiler. Huah. Ja, er ist nächst mich an. Wow. Nein. Pass die Blu ab. Äh, noach. Muss... Noach. Ich sammle mal ein Zeug rein. Mein Bett scheint vermisst geworden zu sein. Jetzt muss ich das Haus suchen. Nein. Oh, oh. Toll. Ich battle mich nicht wirklich mit dem Vieh, aber... Ich muss jetzt irgendwie zurück. Und ich glaube, nach unten durchschlagen ist jetzt sehr ungesund, weil da Lava ist. Muss... Jetzt zurücklaufen? Ja, ich bin gerade wo runtergefallen. Ich muss mich jetzt hier gerade wieder hochgraben. Und ich hab... Ich eile dir zur Hilfe. Oh, oh, oh. Ich hab mal ein gutes Gefühl über der Sache. Wenn ich dir helfen soll, oder was? Ja, da auch. Ähm, nee. Wo muss ich? Da muss ich runter. Ich lauf mal hier weg. Das ist mir zu heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem so ganz ohne Bogen. Hab ich da einen eigentlich eingesammelt? Ja, ich hab da einen eingesammelt. Aber ich hab keine Pfeile. Ja, die hast du nicht eingesammelt. Ich muss jetzt nochmal zurück, oder wie schaut das aus? Ja, anscheinend. Oder ich geh zurück. Moment. Ich seh's nicht mehr, aber ich hör's noch. Was zum... Okay, sehr geil. Ich kann mir... Ich weiß nicht. Das ist so ein... Ein Slime aus Magma bestehend. So sieht das Ding aus. Da sind Knochen von dir. Also nicht von dir. Also, ja. Weißt schon. Ja, ist schon klar. Dann klopp mir mal das Feuer aus. Das fand ich ja auch so lustig. Dass Gronkh nicht wusste, dass man Feuer ausklopfen kann. So ist ihm das ganze Baumhaus abgebrannt. Die neuen Folgen auch gar nicht geguckt. Oh, sorry. Jetzt hab ich dich gespoilert. Nein! Ach, keine Ahnung. Ich hab schon die letzten 60 Folgen nicht mehr geguckt. Das geht immer gar nicht. Ja, ich war leid. Wie kannst du nur? Ich bin ein richtig schlechter Fanboy. Schon. Okay, jetzt bin ich ganz gewagt. Und hier, da drüben ist der Kast. Ich mach's dir echt. Soll ich ihn begrüßen. Wahnsinnig. Hm, kennst mich doch. Stimmt. Das Kies. Ich weiß, ich brauch doch Kies, oder? Können wir vielleicht mit so Nahrung und so Teil meiner Sachen wieder zurückgehen? Wo? Kannst du mir das mal halten? Bist du denn? Achter. Ja. Bist du dein Bogen wieder? Das ist deine Hacke. Äh, du hattest ein bisschen Netherric, glaub ich, dabei. Und die Wooden Slabs. Äh, ja. Wert. Den Rest behalte ich jetzt mal. Schwert? War nicht dabei, wow. Ist nie ist. Gesundheit. Warum haben die denn jetzt neuerdings Rotten Flasch dabei? Ähm, war das nicht schon immer so? Nein, ich dachte, die hätten immer Dingens bei. Ach, gebratenes Fleisch? Ja. Ja. Ja, das ist halt jetzt neu. Ich baue das ab. Och. Nee, shit, das gibt's noch nicht. Aber auch. Gemeinsam geht's schneller. Vor allem, wenn's so ein garstiges Vieh hinter uns hier ist. Haha. Der Board wird zwar schlecht. Oh, 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 oh. Muss schneller sein. Nein. Meins, 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 meins. Ach. Hm. Was gibt's da hinten? Boah. Der richtig düster hier. Weißt schon, wir müssen auch noch wieder zurückfinden, nur so. Ach ja, das nehme ich schon. Ich würde gerne die Zeniterwarzen finden, weil die braucht man für die Tränke. Wie bist du jetzt? Ach da. Hep. Irgendwie lädt's bei mir noch nicht ganz. Brauchen wir wohl Soul Sand? Oder Slow Sand? Puh, keine Ahnung. Ob wir's brauchen. Kannst du mal ein bisschen was mitnehmen? Schau mich mal hier noch rum. Wir hätten vielleicht mit Fackeln markieren sollen, wo wir entlang gegangen sind. Hm, soll ich das nochmal nachträglich machen? Also, ich hab keine Fackeln. Also, äh... Du hast keine Fackeln, deswegen setz'n den Lightstone. Äh, den Glowstone. Genau. Ich hab auch nur 17. Moment, ich lauf mal nochmal kurz zurück und leg's in die Art Brotkrumm in Spur. Obwohl, noch ist ja noch nicht so schwer. Okay, durch dieses Tor müssen wir gehen. Huh, was ist das? Hm? Ach, sind das diese... Das ist dieses komische Slime-Viech. Warte. Wie stark ist das? Wow. Ich kann nicht mehr sprinten, nein. Ich will doch jetzt richtig battlen. Du hast mir jetzt nichts zu essen gegeben. Ja. Moment. So, so. Und futtern. Num, 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 num. Attacke! Jump! Autsch! Hey! Ich hab's gar nicht getroffen. Letzter. Hep! Au! Hep! Oh, ouch! Aua! Ich hab nur noch vier Herzen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Oh, ein Herz, ein Herz, ein Herz! Geh weg! Renn! Ich renne! Ich hör das Vieh gar nicht. Aua. Das Gefühl hab ich bei mir auch gehabt. Da lag irgendwo Kloster und das... Ach da. Ich habe nichts mehr zu essen. Moment. Vielleicht sollte man mal von dem fliehen. Ui! Moment, hier. Ein Brot. Noch ein Brot. Wie viel Brot denn? Hinter dir ist nochmal eins. Wie viel Brot? Noch eins, bitte. Noch eins. Okay, dann hab ich jetzt nur noch vier. Hast du keinen Bogen dabei? Doch, aber ich hab keine Pfeile. Na, klasse. Ach ja, stimmt. Die hab ich hier nicht aufsammeln können. Kann es sein, dass das Leben langsamer generiert? Also regeneriert? Ja. Ich hörte, du lockst mal die Lava mal. Guck mal, was passiert. Locken wir es in die Lava. Ne, ich komme. Es besteht aus Feuer. Ich glaube kaum, dass das so was ausmacht. Sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, wir holen mal eine Pfeile. Wo sind wir hier eigentlich? Da. Hey, da jetzt. Boah. Ich kann es irgendwie nicht treffen. Komm zurück. Dann versuchen wir es mit der Pfeile nochmal. Wo ist es? Ha, ich hab's gekillt. Nein, ich hab's nur aufgeteilt. Wow, lauter viele kleine böse Viecher. Ich helfe hier. Hey, meine XP Points. Egal, ich bin Level 1. Ja, wenn du auch wieder drauf gehst. Jetzt haben wir gar nichts davon gekriegt. Wovon? Ja, von dem Viech. Okay, machen wir hier mal eine Fackel hin. Da sind wir mal lang gegangen. Wir kamen von da unten auf jeden Fall. Ach, genau, von da.